Digitalisierung bedeutet, diesen digitalen Mindset der Leute zu verändern. Die Billfinger Maintenance Analyse ist eine standardisierte Methode, um die Stärken und Schwächen der Instandhaltungsorganisation und Prozesse beim Kunden zu analysieren. Mit der Billfinger Maintenance Analyse erkennen wir die Potenziale, die es in einer Instandhaltungsorganisation oder in deren Prozesse gibt und im Billfinger Maintenance Konzept haben wir die Lösungsansätze, um diese umzusetzen. Das Billfinger Maintenance Konzept ist eine standardisierte Methode mit 16 Modulen, mit denen wir unseren Kunden unterstützen, um deren Instandhaltung zu verbessern. Wir als Billfinger können den ganzen Lebenszyklus einer Anlage, das heißt von der Planung, vom Engineering über die Fertigung, über die Projektrealisierung bis hin zur Instandhaltung bedienen. Im Turnaround steht die Anlage still, um quasi Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Das bedeutet, die Hauptaufgabe ist es wirklich, die Anlage so schnell wie möglich wieder zum Laufen zu bekommen. Wenn man im Standhaltungsgeschäft schon strukturiert Informationen sammelt, zum Beispiel die Historie von Maschinen oder Apparaten, dann kann man auch viel besser den Turnaround vorbereiten und planen. Mit B-Cap Billfinger Connected Asset Performance hebe ich BMC auf ein neues Level, weil ich mit künstlicher Intelligenz viel bessere Vorhersagen machen kann, als ich es bisher konnte. B-Cap hilft uns im Turnaround schon deshalb, weil wir da strukturierte, analysierte Informationen bekommen. Ganz klar, der Nutzen für den Kunden ist Planungssicherheit und Effizienzsteigerung. Das DMA ist das Digital Maturity Assessment von der Billfinger Digital Next. Warum haben wir das DMA eingeführt? Weil es eine Bestandsaufnahme gibt von den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten und ein erster Gradmesser für die Unternehmen darstellt, wo sie sich gerade befinden auf der Straße der Digitalisierung. Die Digitalisierung wird die Welt verändern. Das weiß auch jeder Kunde. Er weiß nun nicht wie. Und mit Erfahrungswissen und digitaler Kompetenz können wir den Weg aufzeigen, sie dahin zu führen. DMAs. 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 Untertitelung des ZDF, 2020